Wenn du jetzt sagst, meine Beziehungskrise hat nichts mit meiner Psyche zu tun, dann solltest du jetzt abschalten. Wenn du jetzt aber sagst, daran glaube ich, dann solltest du dir dieses Video ansehen, denn ich werde dir jetzt erklären, wie ich dich in zwölf Wochen beziehungsfit mache. Mein Mann und ich haben ein einzigartiges Programm entwickelt, in dem wir dich in zwölf Wochen beziehungsfit machen. Wir schauen genau, welche Unterversorgung du in deiner Kindheit erlebt hast. Sei es in der Unterstützung, sei es in der Liebe, sei es in der Nahrung, in deiner liebevollen Begrenzung, sei es in deinem Schutz. Das sind die fünf Säulen, die ganz wichtig sind für eine optimale Heranreifung eines Kindes. Wenn in dieser Zeit deiner Kindheit Verletzungen an diesen fünf Säulen entstehen, können wir in unserer jetzigen Beziehung als Erwachsene nicht wirklich das abrufen, was wir in der Beziehung brauchen. Mein Mann und ich, wir haben eine Methode entwickelt, Tools entwickelt, wie wir dich schnellstmöglich aus dieser Unterversorgung rausholen, dein inneres Kind nachnähren, sodass wirklich deine neuen Erlebnisse im Hier und Jetzt genauso sind, wie du sie eigentlich brauchst, dass du eine lustvolle, harmonische und lebendige Beziehung leben kannst. Ja, unsere Teilnehmer, die bei uns das Programm durchlaufen sind, haben viel Geld gespart, denn sie haben keine Trennung, keine Scheidung, kein Rechtsanwalt sich nehmen müssen, sondern sie leben jetzt mit ihren Kindern eine glückliche Beziehung, die sie sich schon immer gewünscht haben. Und wenn du jetzt sagst, das möchte ich auch, dann melde dich bei uns und wir schauen, wo du stehst und wie wir dich schnellstmöglich aus deiner Unterversorgung deines inneren Kindes holen können, dein inneres Kind nachnähern, sodass du glücklich in deiner Beziehung wirst. Ja, schreib uns eine PN oder drück unten hier im Text auf den Link und dann sprechen wir gemeinsam. Wir freuen uns auf dich. Tschüss!